Hi, da bin ich wieder. Nach meinem letzten Beitrag kam es tatsächlich Leute, die sagen, ich kann mal zitieren, ich habe mir mal ein paar emotionale Sachen aufgeschrieben, die mich nicht sonderlich berührt haben. Arroganter Schnürsel, Arsch, Penner, Wichser, die normalen Sachen, die ich täglich so hin und wieder mal höre, aber das macht mir nichts. Ja, ich habe mich ja schon letztens mal zu den Leuten geäußert, die Uncut-Filme, Uncut-Spiele spielen oder auch Leute, die sowas gar nicht spielen. Ich habe letztes Mal dieses komische Wie-Fit mal ausprobiert. Ich meine, das ist was für fette Weiber oder für fette Kerle. Freiwillig braucht man sich auf so ein komisches Regal da nicht raufstellen und mit dem Hintern wackeln. Da kann man auch dreimal oder viermal mit dem Mandanten zur Bank gehen, dem Konto seinen Leerräumen und fertig ist es. Oder zum Beispiel, wenn Häuser versteigert werden und ich bin da der richtige Mann für. Tja, was soll ich sagen, da hält man sich jung, da hält man sich fit, das kann man hier gut sehen dran. Ich habe es nicht nötig, wie fit oder ähnliche Spiele zu spielen. Tennis, ha, virtual ist Tennis. Manche Leute schreien, es sei zensiert oder wollen es Uncut-Spielen. Wer will so ein scheiß spielen? Ich? Nö. Aber mal Hand aufs Herz. Ja, wenn man zu den Leuten ehrlich ist. Also sagen wir mal so. Keine Gewalt anwendet, so wie ich das tue. Moralisch, psychisch, von hinten Erpressung, das ist alles okay. Aber spritzter Blut? Nein, nichts. Ich schade niemandem. Klar, ich meine, ich habe mein Reichtum auf das Elend anderer aufgebaut. Aber hey, da hat doch jeder seine eigene Schuld. Statt auf mich reinzufallen, sollen die Leute lieber was Vernünftiges tun. Leute, die wie Fit spielen oder Tennis spielen, Metal Gear spielen oder wie die ganzen Scheißfilme heißen oder Spiele, ganz egal ob Uncut oder nicht Uncut. Ja, die haben alle irgendwas an der Klatsche. Wenn ihr, und das ist der Tipp des Tages, wenn ihr so werden wollt wie ich, dann macht folgendes. Nämlich gar nichts, sondern nur Scheiße. Dann werdet ihr so wie ich. Aber hört auf, so ein Müll zu spielen wie Wie Fit oder andere Gegenspiele. Es ist alles Schrott. Scheiße. Scheiße. Scheiße.